Das neue Bewusstsein, es ist da. Wir leben in einer aufregenden Zeit. Und wie wir mit dieser Zeit Schritt halten können, möchte ich dir heute erklären. Wie du zu diesem neuen Bewusstsein kommen kannst, werde ich dir zeigen. Schön, dass du hier bist und mir zuhörst, dass du mir deine Zeit schenkst. Wir leben in einer aufregenden Zeit. Die Energien haben sich geändert, das kann niemand verneinen, die sind da. Und es kommt tatsächlich darauf an, wie du dich dafür einstellst, was du damit machst. Ob du lieber in der alten Gewohnheit bleibst, an alten Dingen festhältst, dann wirst du untergehen. Oder ob du bereit bist, dich zu öffnen, dieses Wagnis, einfach mal jetzt in die neue Zeit hineinzugehen, offen zu sein, ohne zu wissen, was wirklich passiert, wie alles sein wird. Das ist diese Fragestellung, die du dir stellen solltest. Es ist für viele Menschen schwierig, einfach neue Dinge zu machen und sich dem anzupassen. Doch jetzt, genau jetzt in diesem Moment, in diesem Zeitalter, in dem Beginn seit dem 21. Dezember ist es so, wir sollten uns umstellen, wir sollten mitgehen mit der neuen Zeit, um nicht, wenn wir an den alten Dingen festhalten, unterzugehen. Denn die Gefahr besteht tatsächlich darin, dass wir untergehen. Und es ist immer gemeinsam. Entweder es geschieht für alle was Schlechtes oder für alle was Gutes. Ich spreche jetzt für alle in der Mehrzahl. Es wird immer welche geben, die nicht ganz mitgehen. Aber wenn es die Mehrzahl ist, die nicht mitgehen, werden wir nicht weiterkommen, werden wir zusammen untergehen. Und wenn es die Mehrzahl ist, die sich öffnet und das Wagnis einfach eingeht in die neue Zeit, in das neue Bewusstsein, dann wird es weitergehen. Diese neue Zeit trägt eine Leichtigkeit und ist sehr schnell. Das ist dieses Luftzeitalter. Es ist sehr schnell. Und da ist die Anpassungsfähigkeit gefragt. Überlege dir für dich selbst, inwieweit bist du offen für dieses Neue? Inwieweit bist du bereit, dich zu öffnen, das Wagnis einzugehen? Es ist Zeit, die Masken fallen zu lassen. Und wenn du überlegst, im Moment tragen ja alle die Maske. Das ist ein Spiegel für uns, ein Spiegel für die Seele. Du siehst überall auf der Straße die Masken. Das heißt, lasse deine Maske fallen. Jetzt nicht diese Materielle da, sondern die Maske, die du sowieso trägst. Jeder Mensch, fast jeder Mensch hat so eine Maske und zeigt nicht sein wahres Wesen. Er versteckt sich hinter bestimmten Dingen, aus Ängsten vor der Liebe, aus Ängsten nicht anerkannt zu sein. Also ganz viele solche Hintergründe gibt es da. Das sind die Masken, die man sich so mit der Zeit aufgebaut hat, um sich in Anführungsstrichen zu schützen. Und diese Masken, die sollten fallen. Das hat die geistige Welt schon vor vielen Jahren gesagt, dass die Masken fallen werden. Jetzt frage ich dich, bist du bereit, deine Maske fallen zu lassen, dich zu zeigen, so wie du bist? Ich habe es ja schon gemacht. Ich habe euch ja schon mal aus meinem Leben erzählt, dass mir es ziemlich schlecht ging an einem Zeitpunkt. Das ist jetzt schon lange her. Aber dieser Zeitpunkt, wo mir es so sehr schlecht ging, das hatte ich eigentlich niemandem so erzählt. Aber dann habe ich mich doch getraut und das mal öffentlich in einem Video getan. Und ich tue es jetzt auch nochmal, sodass du siehst, ich bin jetzt auch nicht unfehlbar. Ich bin wohl ein Medium, aber ich bin auch ein Mensch. Und zum Beispiel war ich 30 Jahre verheiratet und mein Mann ist in der Zeit zum Alkoholiker geworden. Es war eine total schlimme Zeit, das auszuhalten. Und bis ich in der Zeit erkannt hatte, dass ich selbst da was tun muss, um aus diesem Käfig rauszukommen. Ich war in der Leidensphase. Ich habe das also unbewusst natürlich. Man merkt es in dem Moment nicht. Und ich habe das also alles durchgemacht, bis einmal der Klick kam. Ich war damals auf dem Sozialamt und habe mich beraten lassen, das kann ich denn tun, mein Mann ist Alkoholiker und die Situation zu Hause ist überhaupt nicht auszuhalten. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber ihr könnt euch das vorstellen, zumindest die Menschen, die so einen Partner oder Partnerin haben. Und dann ist mir bewusst geworden, bei diesem Gespräch auf dem Sozialamt, dass ich in der Leidensphase bin, dass ich ja passiv bin und alles mit mir machen lasse. Und dann bin ich aufgewacht und habe mein Leben tatsächlich in die Hand genommen. Das war für mich der ausschlaggebende Punkt. Und da ging das dann wieder weiter. Und das ist etwas, was ich eigentlich immer verschwiegen habe und so nicht unbedingt jedem erzählt habe. Es gibt noch mehr solche Punkte und ich werde auch immer wieder mal euch Beispiele geben, was es bedeutet, seine Maske fallen zu lassen. Eben ehrlich zuzugeben, was einem passiert ist oder was einem weitergebracht hat, ohne sich zu schämen, ohne zu denken, wenn mich danach niemand mehr mag oder so was. Also hab auch du den Mut und gebe zu, was dir wehgetan hat oder was eben so Schlimmes in deinem Leben war. Weil genau das, genau das ist gemeint, mit den Masken fallen zu lassen. Wir kriegen es tatsächlich auf der Straße überall gezeigt. Das ist ein Hinweis der geistlichen Welt. Wenn du etwas ändern möchtest, wenn du in das neue Bewusstsein, in die neue Energie rein möchtest, ohne Maske, sonst geht es nicht. Ganz ehrlich zu dir sein. Ganz ehrlich zu dir und zu den anderen sein. Denn, und das ist das Witzige, wenn man will, in der neuen Energie kann niemand mehr lügen. Wir erweitern ja unser Bewusstsein, wir erweitern unser Energiesystem und erweitern dadurch unsere Fähigkeiten. Und mit der Erweiterung unserer Fähigkeiten wissen wir ganz genau, wenn jemand uns anlügt. Also ich weiß das sowieso. Mir kann niemand was vormachen. Ich weiß das sofort. Das geht über Telepathie. Und dann überlege mal, wenn du jetzt entweder der Lügende bist oder der Empfangende bist, das passt nicht mehr zusammen. Da ist dann keine Korrespondenz mehr. Keine Kommunikation, meine ich. Da kann man dann nicht mehr miteinander reden, wenn man nicht ehrlich ist. Und all das kommt in dem neuen Bewusstsein zu Tage. Das wird uns begegnen. Und wenn dann du jetzt jemanden kennenlernst, der lügt, dich laufend an und du das sofort spürst, dann ist es eben aus mit dieser Bekanntschaft. Dann klappt das nicht mehr. Ja, auch in der Politik. Das geht nicht mehr, das Lügen. Da müssen sich viele Dinge überlegen, wie sie ehrlich sein können. All das wird nicht mehr möglich sein. Das heißt also, sich öffnen, diesen tollen Aspekt zu öffnen und selbst ehrlich zu sein. zu jedem Gefühl, was du hast, kannst du ruhig deine Gefühle sagen. Es sind ja deine Gefühle. Es kann niemand anders bewerten, ob die schlecht oder gut sind. Nur du kannst das. Und sowieso bewertest nur du allein deine Gefühle. Und da sind wir auch an einem richtigen, wichtigen Punkt. Man kann jedes Gefühl entweder positiv oder negativ bewerten. Und das kommt eben darauf an, wie deine Einstellung ist. Wenn du die Gefühle immer negativ bewertest, wird dein Leben grausam werden. Ganz negativ, ganz schlimm. Wenn du aber versuchst, jedes jedes Thema, jedes Gefühl, immer die positiven Seite zu sehen, positiv zu bewerten, dann wird dein Leben schön werden. Das ist ganz einfach. Das kann jeder für sich nachvollziehen und tun. Und dann kommst du aus der negativen Seite heraus, aus dem Zugriff von der Gegenseite, kommst du da ganz einfach heraus, indem du das Positive siehst und das Positive tust. Du ziehst das Positive an. Und je mehr Menschen dies tun, umso schöner wird es auf der Erde werden. Also das neue Bewusstsein heißt auch, sprenge deine Gedanken, sprenge deine Limitierungen der Gedanken, habe ich gemeint. Sprenge diese Begrenztheit, die uns ja von der Gesellschaft aufgeordnet wird. Diese Begrenztheit, das geht ja jetzt sogar, dass wir nicht mehr rausgehen dürfen zu bestimmten Zeiten. also wo gibt es denn sowas? Das sind alles Limitierungen, die uns auch gespiegelt werden, weil wir uns selbst limitieren. Also das ist wieder so ein Punkt der neuen Zeit. Es kommt ganz massiv, für die ganzen Menschen werden die Blockaden gezeigt, die die Erde trägt und loswerden will. Jetzt dürfen wir nicht mehr rausgehen, es gibt die Ausgangssperre, das heißt, wir werden limitiert, wir werden in unserer Freiheit begrenzt. Ja, also jetzt geht es aber los, oder? Also fangen wir doch an und schauen wir bei uns selbst, wo begrenze ich mich selbst, wo habe ich Gedanken, die sagen, du bist zu jung, zu alt, du kannst es einfach nicht. Oder dich liebt niemand, das wird niemand hören, wenn du was sagst. Also all diese Glaubenssätze, die einen einschränken, die gilt es zu lösen, das ist das A und O, um die neue Welt in der neuen Energie, die jetzt da ist, zu unterstützen. Und jeder Einzelne von uns kann dies tun. Es ist wirklich ganz wichtig und ihr braucht nur nach außen zu schauen. Es ist ein Spiegel. Ihr kennt die kosmischen Gesetze, so wie im Großen, so im Kleinen, ja, also so wie außen gezeigt wird, gucke, was du selbst da noch an Begrenzungen in dir trägst. Wo hast du eine Maske? Wo lügst du dich selbst an vielleicht? Und wo begrenzt du dich in deinem Tun? Und all diese Dinge kannst du lösen, entweder bei einem Medium oder Heiler deiner Wahl oder eben selbst, je nachdem, wie schnell du vorankommen möchtest. Und das ist die neue Zeit. Sie zeigt uns alles, was wir ändern können. Es ist wie ein Spiegel, wie wenn du verheiratet bist oder einen Partner hat, die spiegeln sich ja auch, die zeigen sich ja auch gegenseitig ihre Resonanzen. Und das können wir ändern. Und jetzt werde ich mit dir eine schöne heilende Meditation machen, damit du in deine Kraft kommst und dann auch ja vielleicht spürst, wo stehe ich jetzt und was kann ich für mich tun. Denn es ist ganz wichtig, dass wir zusammen, die ganze Menschheit stark sind, dass wir stark und in Leichtigkeit in diese neue Dimension, in diese neue Energie einfach so hineingehen können, mit erhobenen Haupt zu sagen, ja, ich bin so wie ich bin und ich weiß genau, was meine Stärke ist und diese Stärke, die lebe ich, ich bin positiv eingestellt und all das werden wir jetzt noch in der Meditation machen, dann ist es noch mal viel kräftiger, weil ja dann die Energien von der geistlichen Welt dazukommen, die uns unterstützen, ich werde die Meditation mit meiner Seele machen, über meine Seelenweisheit, mich mit meinem göttlichen Wissen verbinden, mit der Kraft des Alleinen und so hast du dann die Möglichkeit in diese Schwingung mit hineinzugehen und dich einfach tragen zu lassen und je nachdem wie tief du dich tatsächlich fallen lässt und dich öffnest, werden dich die Energien erreichen ja und ich wünsche dir jetzt ganz ganz viel Freude mit der heilenden Meditation und was nehmen wir denn ich nehme mal die Fülle und das habe ich hier noch mein Ursprungslicht so jawohl so bereite dich nun auf eine wunderschöne heilende Meditation vor ich bitte die Energien um Schutz ich bitte um den Schutz aus der göttlichen Quelle und ich bitte um Schutz für jeden Einzelnen welcher heute hier ist welcher jetzt in diesem Moment hier ist so richte ich jetzt meinen Kanal aus öffne meine Seele und verbinde mich mit der Quelle des Alleinen mit der Schöpferkraft der vollkommenen Liebe mein liebstes Menschenkind die geistige die geistige Welt stellt wundervolle wundervolle Energien für dich zur Verfügung wir wir sind wir sind stets bei dir um dich zu führen und um die Energien im Gleichgewicht zu halten aus diesem Grunde senden wir dir heute über das Medium Nirjana Energien zu Energien welche dich ausgleichen in die Mitte bringen und stabilisieren werden zu schließe jetzt deine Augen und öffne dein Herz Gehe mit deiner äußeren Wahrnehmung in deine innere Aufmerksamkeit Spüre wie dein Atem leicht ein und aus fließt und spüre die Liebe deiner Seele Ich lade dich jetzt ein in deinen Seelenraum hinein zu gehen Dies ist ein Platz in deinem Herzen Lasse dich einfach führen Allein dein Fokus reicht aus Der Raum deiner Seele leuchtet in den Farben deiner Seele Diese Farben sind für jeden Menschen anders und so spüre wie du dich hier wohl fühlst spüre ganz intensiv deine eigene Liebe deine Seele und nun wird sich vor dir eine große helle glänzende Energie Kugel bilden dies ist die Energie Kugel der Grenzenlosigkeit und ich lade dich ein diese Energie Kugel in deinen Seelen Raum hinein zu ziehen zu öffnen deinen Seelen Raum damit diese Energie zu dir gelangen kann sobald du diese Energie Veränderung in dir spürst spürst du auch dass du verbunden bist mit dem Universum mit der Unendlichkeit der Grenzenlosigkeit des Seins mit der unendlich großen Liebe Gottes und in diesem Zustand werden heilende Energien zu dir gebracht welche dir ermöglichen das jetzt loszulassen was dich belastet was dich einengt ist welche dir Kraft geben zu erkennen dass du so wie du bist gut bist welche dich unterstützen zu dir selbst zu stehen und dich zu zeigen so wie du bist lasse dich tragen und spüre spüre wie dich diese Energie ausdehnt gebe dich hin vertraue lasse jetzt mal los und lasse all die Begrenzungen einfach gehen du wirst so sehr geliebt du bist so vollkommen so sehr vollkommen dass du dies gar nicht siehst denn du bist ein Wesen der göttlichen Schöpfung und alles was dir mitgegeben wurde dient zu deinem Guten und so lasse jetzt zu dass deine Begrenzungen gehen werfe die Last ab sich zu verstecken werfe die Angst ab sich zu zeigen zu dir zu stehen erkenne dass du grenzenlos bist dass dein Leben grenzenlos sein kann wenn du es nur willst du bist nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Es sind die Engel, welche die Töne, die himmlischen Töne der Liebe singen. Es sind deine Seelenengel, welche jetzt bei dir sind, welche dir helfen, all den Ballast abzuwerfen, welche dich schwächt. Und welche dir dafür die Liebe und die Kraft übergeben, die Kraft, welche dich stark macht, welche dich strahlen lässt, welche dich verwurzelt mit der Erde, verwurzelt mit deiner Herkunft, welche dich zentriert. Diese Töne schwingen nun in deiner Seele. Und du weißt genau, dass du eng verbunden bist mit Gottes Liebe. Und du weißt genau, dass du selbst der Schöpfer deines Lebens bist. Und so tragen dich die Engel voller Liebe wieder in deinen Herzensraum, in deinen Seelenraum hinein. Sie lächeln dich an und sie sagen, alles ist gut, du bist einer von uns. Wir sind bei dir. Dann verabschieden sie sich und gehen zurück in das Universum. Aber du, du weißt jetzt für dich, dass du alles erreichen kannst, dass du die Kraft hast, dein Leben zu verändern. Und dann komme in deiner Geschwindigkeit wieder langsam in das Hier und Jetzt in deinem Raum zurück. Öffne die Augen, strecke dich, bewege Hände und Füße und sei wieder ganz hier. Ich habe euch eine Möglichkeit jetzt über dieses Channeling gegeben, euch immer wieder neu auszurichten und immer wieder neue Grenzen, neue Belastungen einfach abzustreifen. Nutzt diese Energien, sie werden euch heilen und empfehlt es vielleicht auch anderen Menschen, die dafür offen sind. Denn je heiler wir sind, umso heiler ist die ganze Welt. So wie im Kleinen, so wie im Großen. Und dann kann die neue Energie, das neue Bewusstsein sich ausdehnen mit voller Kraft. Ich danke dir, dass du heute hier warst. Du bekommst noch eine Herzensumarmung und ich freue mich auf das nächste Video mit dir. Tschüss. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.